Hallo, mein Name ist Gabriela Benesch und ich bin Alex Parker, unser wunderbarer Sänger und Pianist und gemeinsam präsentieren wir die Udo-Jürgens-Story. Sein Leben, seine Liebe, seine Musik. An diesem Abend hören Sie eine Auswahl der unvergesslichen Melodien von Udo Jürgens und neben seinen größten Hits auch einige Songs aus dem Zyklus Lieder, die im Schatten stehen. Und das Ganze umrahmt von Geschichten, Erzählungen und Anekdoten aus seinen Büchern und aus seinen persönlichen Aufzeichnungen. Und wir freuen uns ganz besonders auf Ihren Besuch, denn bald sind wir auch in Ihrer Stadt. Ja, noch niemals richtig frei, einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen.